Grüße euch, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Willkommen zurück. Yeah. Alles klar, Homie. Mein fresh Homie. Ganz genau. So. Ja, die Ausfallschlacht von Dimi, die haben wir ja glorreich verloren vorhin. Ja, direkt Ausfallschlacht war es ja nicht, die standen ja nur da in der Verteidigungshaltung. Ich habe halt mal was versucht. Weißt du, was mir eingefallen ist? Das habe ich jetzt nämlich noch kurz, während du dein Getränk nachgefüllt hast. Oder, nee Quatsch, du hast was gegessen. Ich habe mein Essen eingenommen. Genau, während du dein Essen eingenommen hast, habe ich noch, was ich eindeutig vor der Schlacht hätte machen sollen, mit meinem Söldnerveteran, dem seine Elefanten geschwächt. Das hätte uns nämlich eindeutige Vorteile gebracht, wenn das nur 10 statt 24 gewesen wäre. Alter, greif sofort Migdol an. Ähm, nein. Frag nicht, mach sofort. Nein, das mache ich nicht. Schau mal hier. Ja, schau mal hier. Wenn ich Migdol angreife, dann kommen diese zwei Armeen direkt nach Tinkis. Die werden jetzt im Rundenwechsel, werden die jetzt schön nach Iol marschieren. Tja, und wenn ich meine Armeen aus Tinkis abziehe, dann werden sie eben nicht nach Iol marschieren, sondern nach Tinkis. Da ist mir Iol deutlich lieber. Na, ob das wirklich so ist? Naja. Was denn, die nehmen sonst Tinkis ein? Wären ja schön blöd, wenn nicht. Ich werde sicher nicht meine Stadt entblößen, während die da nur einen Tagesmarsch davon entfernt stehen. Na gut, im Gewaltmarsch schaffen sie es in einer Runde, sonst brauchen sie zwei. Naja, schauen wir mal. Wäre trotzdem sehr riskant. Ich sag, die eine Stadt verliere ich dann auf jeden Fall. Oder sehr, sehr wahrscheinlich. Wer will jetzt nicht unbedingt darauf vertrauen, dass die KI zu dumm ist, um eine leerstehende Stadt einzunehmen. Das ist mir dann doch ein wenig zu riskant. Ja gut, das... Ah, okay, gut. Du bist fertig. Hey, Quartiermeisterbericht und Eigenschaft erhalten. Kanos, Mark Kataka. Ja, das macht ja wenigstens noch Sinn, ja. Carlos. Naja, mehr oder weniger macht es Sinn. Ja, kriege ich halt hier oben halt auch pulische Kultur. Mein Gott, ist das auch schon wurscht. Ja, aber alle Kulturen mit rein, kann man ja mal brauchen. So, nächste Runde sind die Leviathane vollkommen fertig. Das ist sehr gut. Habe ich sonst noch irgendwas zu bauen? Nö, ist eigentlich alles gut. Dann gibt es für mich nichts mehr zu tun. Ja, und ich bin jetzt gespannt, was die Libyer so vorhaben. Und ich erst. Ja, gut. Der logischste Schachzug wäre es, wenn sie Dimidi jetzt angreifen mit den Willen der Richter. Dämlich wäre es, weil das würden wir locker gewinnen, aber... Ja, oder sie warten, bis dort oben die Fäuste des Hamilkaren noch dabei sind, die die noch bei Iol stehen. Weiß ich jetzt nicht, ob die nicht vielleicht noch von oben dazukommen. Und das wäre sauber scheiße. Na ja, wir müssen abwarten. Eine andere Möglichkeit haben wir momentan nicht. So ist das. Nö, sie verpissen sich zumindest schon mal mit der einen Armee, was Sinn macht. Ja, und die Gethule haben auf jeden Fall ihre große Armee schon mal in Richtung Tinkes wieder gezogen. Ja, und Iol ist... Ach, meine Scheiße, die ziehen gerade alles in Richtung Tinkes. Oh ja, ich sehe es gerade. Der Gardera, das ist die Frage. Vielleicht schicken sie es auch dahin. Ähm, Gardera? Nö. Also die Schiffe zumindest sehen mir fast so aus, als wären sie eher dahin unterwegs. Ja gut, es sieht so aus, aber vielleicht stehen sie auch nur da, weil sie halt in den Kreis nicht rein können. Ja, kann sein. Von Tinkes. Also Sinn würde es mehr machen, wenn sie Tinkes angreifen, weil da versammeln sie ja gerade schon Truppen ohne Ende. Ja. Aber der Neukathaga hat Iol wieder an Libyen verloren. Was jetzt schon mal potenziell nicht so gut ist. Ach, scheiße, ernsthaft. Ja, steht da zumindest jetzt mit dieser riesen Armee drinnen. Käse. Freust du das Hamilkar? Ja, damit sollte die Midi relativ im Arsch sein. Ja, deswegen, wie gesagt, also ich hätte es ja aufgegeben und wer hätte die Armee zurückgezogen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du eingekesselt. Ja, so ist es. Und was lernen wir daraus? Höre auf Max Rat in Zukunft. Vergiss es. Es solle dein Schaden nicht sein. Jeder andere, mit dem ich Total War zusammen spiele, ist um meinen Rat immer froh. Also gut, du bist wahrscheinlich auch immer ein Rat froh, aber du machst es halt einfach nicht. Ja. Ja, jo. Ist richtig. Ja, jeder andere, der hat halt keinen Bock auf die ewig lange Diskussion, die danach entbricht. Und ich denke mir, hm. Was soll's? Was für eine ewig lange Diskussion? Es gibt keine Diskussionsgrundlage. Wenn ich das sage, wird das gemacht. Because I'm the boss. You know? I'm the boss. Nein. Einfach nein. Einfach mal ja. Sagen wir mal nein. Nein, sagen wir mal ja. Leute, wie seht ihr das? Wer ist hier der Boss? Ja. Ich bin der Boss. Ist gut. Und wenn ich sage, spring aus dem Fenster, dann springst du aus dem Fenster. Was bei dir allerdings relativ schwer werden dürfte, da du ja im Keller sitzt, könntest du höchstens zur Luke rausfallen. Zuerst rausklettern. So, wo ist da jetzt die Armee hin verschwunden? Das ist jetzt gerade mal etwas... Was für eine Armee. Äh, das sind die abstoßenden Ekel. Äh, mal nur so eine prinzipielle dämliche Frage. Wenn du Mimimindimidi nach links da durch die Wüste Richtung Tingis schickst, gibt's da Verschleiß? Kriegt die Armee da Verschleiß? Hm, sieht fast nicht so aus, nein. Kannst du die denn da überhaupt durch dieses Gebirge durchschicken? Geht das rein theoretisch? Seht, erstmal. Ja, ich komm... Warte, bis... Ah ja, ich seh's, ich seh's, du kommst bis dahin. Ja. Du würdest sogar... Ja, du würdest sogar bis über... Bis knapp an die Grenze nach Dingens kommen, aber gut, würde ich jetzt nicht machen, weil... Dann würde dich der Getula angreifen. Ich glaub nicht, dass der bis dahin kommt, in der einen Runde. Hä? Ne, ich mein jetzt, wenn du bis, äh, bis hierhin latschen würdest, weil bis hier kannst du gehen, bei mir zumindest, wird's so angezeigt. Warte, ich seh gerade die Markierung nicht. Äh, warte, sorry, ich mach's mal mit, äh, mit... Ach so, das meinst du? Also, ja, das würde ich jetzt... Ich würd wenn dann überlegen, ob ich ihn richtig querfeldein durchs Gebirge schick. Und versuch... Also, du meinst zu diesem Weg hier? So in der Richtung? Äh, ja, so in etwa war's... war der Plan. Ah, aber wie gesagt, es würde einfach Sinn machen, äh, die Midi aufzugeben, weil die werden... Ja, jetzt auf jeden Fall, dadurch, dass der da oben Iol so vor allem verloren hat, also ich sag, wenn... Wenn jetzt wenigstens die Armee halbwegs angekratzt wäre, aber die hat ja weniger verloren, als er jetzt wieder gereckt hat in der Runde. Das ist ja nur noch lächerlich. Also rückzugtaktischer. Weil, wie gesagt, dann hast du auch die zweite Armee, erstens mal um Tingis zu verteidigen und zweitens mal, um dann auch mal da hinten einen Vorstoß zu machen. Ja, ich probier's auf jeden Fall mal. Wow, den Tag muss ich mir meinen Kalender eintragen. Jetzt kriegst du ja keine Fortbildung, oder? Im Gewaltmarsch gibt's, glaub ich, keine Fortbildung. Doch. Fortgebildet werden sie, ja. Ich kann bloß nix rekrutieren. Jaja, klar, gut. Aber ich seh das Fortbildungszeichen nicht, aber es liegt wahrscheinlich daran. Bei mir ist es aber da, also. Gut, gut, gut. Ha. Schau, vielleicht kann ich ihn sogar manipulieren. Das wär ja mal supergeil. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab' ja auch nicht teuer genug, Mannu. Hodor. Hodor, genau. Ja, du hast ihn behindert. Jetzt läuft er nur noch rum und sagt Hodor. Hey, Hodor ist nicht behindert, Hodor ist nur ein wenig simpel. Äh, du wirst schon sehen, am Ende dann von den ganzen Büchern wird Hodor den eisernen Thron besteigen. Ich zweifle daran. Lustig wär's aber allemal. Boah. Mein König, wir haben eine Nahrungsmittelklappheit. Was sollen wir tun? Hodor. Hodor. Oh, ich danke euch für eure weisen Worte. Hodor. So, ähm. Jesus. Ah, Gott. Wer definitiv niemals den eisernen Thron besteigen wird, ist allerdings Bran, weil der kann sich nicht mal bewegen. Dumm gelaufen. Naja, gut. Wer wird wenn dann draufgesetzt? Im besten Fall. Von Hodor. Von Hodor, genau. Hodor wird dann die Hand des Königs. Oh, Mann. Hm, ich bin mir nicht sicher, wie wir in dieser Lage verfahren sollen. Was sagt ihr dazu, Hand des Königs? Hodor. Welch weiser Rat. Ich kann's mir grad richtig geil vorstellen. Ich weiß genau, warum ich euch zur Hand gemacht habe. Milord Hand. Milord Hand. Ja, das find ich immer so geil, wenn sie das so sagen. Gut gespielt, Milord Hand. Äh, ja. Viel in Stand. So, das Betreten kann diplomatische Folgen haben. Oh, das hab ich jetzt aber zu spät gelesen, es tut mir leid. Oh, 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 oh. Das, das war ein Versie. Das wollte ich nicht. Wupsi. Oh, oh, noch ne Armee. Oh, oh, was, was, was passiert hier? Oh mein Gott, ich kann es nicht kontrollieren. Friedrich eingeschlafen. Friedrich eingeschlafen, genau. Friedrich eingeschlafen. Friedrich ist eingeschlafen. Äh, ja, ich, äh, bin eigentlich schon wieder fertig. Krasses Scheiß, alter Ruse. Ja, genau, genau, schon recht. Was? Der Römer greift mich an. Oh, ich bin schlacht. Ja, aber auch die wird ein Ding der Unmöglichkeit, fast. So was, denn Choral ist keine Garnison? Ja, das schon, aber er hat verdammte Veteran-Legionäre. Ja, die müssen erstmal reinkommen. Also, los geht's. Nicht lang, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Okay, das könnte allerdings tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit werden. Ja, sag ich ja. Aber vielleicht macht er ja wieder die geile Taktik, dass er die Leute alle anlegen lässt und dann von den Türmen abschlachten. Das wäre natürlich wünschenswert. Also, ein Bataillon spekuliere ich jetzt mal, würde er auf jeden Fall direkt wieder opfern. Ja, vor allem, wir haben ja schon gelernt, dass wenn die, wenn die KI von der See aus angreift, dann haben sie gar nichts drauf. Also, und das müssen wir uns einfach zum Vorteil machen. Im Hafenbecken wieder unsere Schiffe schön anlegen lassen, dass er nicht dort anlegen kann. Ja. Und dann wird es schon. Das Schöne ist, ich glaube, das ist jetzt eine seiner letzten wirklich guten Armeen. Das heißt, sollte ich das schaffen hier, den da zurückzuschlagen. Dann kann sich zumindest der Etruskert gut drum kümmern. Und ich werde da wahrscheinlich wenig dazu beizutragen haben, weil ich dort in der Ecke einfach keine Armeen habe und... Noch nicht. Noch nicht. Die Expansion wird kommen, mein Freund. Wie gesagt, wenn der Domnonia jetzt fertig gemacht ist, dann schicke ich dir die Leviathane. Das ist sehr großzügig, mein Herr. Vielleicht schicke ich dir noch eine Armee mit, je nachdem, wie es mit der öffentlichen Ordnung dann bestellt ist in Britannien. Okay. Ja gut, aber noch eine Armee, das wäre er. Dann hast du ja nur noch eine, um selber vorzustoßen. Okay, das ist jetzt ziemlich kacke. Der kann hier auf einer sehr, sehr breiten Linie angreifen. Oder beziehungsweise anlegen. Also ich bin schon auf der Schlachtkarte. Ja, natürlich bin ich schon auf der Schlachtkarte. Aber mit etwas Glück verkackt das. Aber das Hafenbecken ist richtig kacke. Er könnte da rein nach der Theorie mit allen Schiffen anlegen und einfach in die Stadt rein spazieren. Oh, okay. Selbst wenn wir unsere zwei Schiffe, die wir haben, da anlegen lassen, nehmen wir ihm nicht wirklich viel Platz weg. Also ich bezweifle es jetzt einfach mal, dass er es so hinbekommt, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber gut, du wirst es in Kürze selbst sehen, was ich meine. Das finde ich halt einfach so dämlich. Die Hafenstädte sind so dämlich gebaut hier. Da denkt man sich einfach, okay, anstatt dass wir die Mauer einfach an dem Hafen da zuziehen, ja? Lassen sie einen riesigen Küstenstreifen unbefestigt, weißt? Ja, das ist doch klug. Oder so. Oder so, ja. Also hier meine ich, das Ding hier. Da können die halt im Prinzip überall anlegen an dem Strand hier. Oh ja. Sekunde, ich überprüfe das mal mit meinen Schiffen. Wo sie überall anlegen können. Den Sets not cool. Gut, der kann nicht mit all seinen Schiffen anlegen, aber... Achso, ja, scheiße, ich sehe das ja jetzt noch gar nicht. Transport, Equitus. Gut, seine Kavallerie kann er definitiv schon mal nicht effektiv einsetzen, weil die ja keine Pferde haben. Die sind im Frachtraum. Oder so. Frachttore geschlossen. Frachttore geschlossen. Okay. So, ich dir mal, warte. Was gibst du mir denn? Den Mob. Genau den Mob. Ja, mit dem... Da lasse ich gleich mal, äh, den lasse ich gleich mal gegen die feindlichen Schiffe schwimmen. So, den... Ich würde sagen, die Fernkämpfer sollten wir auf jeden Fall, äh, hier so aufziehen. Ja, dass wir gleich ein Empfangskomitee starten, das hätte ich auch... Ja, richtig. Das hätte ich auch so gemacht. So. So. Und dann... Sollten sie durch... Sollten die sich zurückziehen, werde ich direkt... Na, scheiße, wenn die Flieten waren sind, die... Kann man die nicht so breit aufziehen. Und der Hero-Mob, der wird auch mal hier verstaut. So. Meinetwegen kann es starten. Alles klar. Die Schiffe kannst du mir ja auch noch überschreiben, wenn du möchtest. Ja, ich wollte nur noch kurz checken, wo die überall anlegen können. Aber das ist tatsächlich auf dem kompletten Streifen hier. Das ist halt echt scheiße. Wenn wir standhalten, wir sind zahlreich genug, um sie zu vernichten. Dafür schießen die Türme dann relativ lang drauf. Ist die Frage, wie viel das gegen die Veteranen-Legionäre bringt. Auch sie sind nur Menschen und können bluten und sterben. Was, war das jetzt etwa nicht episch? Natürlich. Okay. Ja, weil du so gar nicht drauf reagiert hast. Alle Mann, Anja! Wir schossen, Infanterie! Bereit! Sorry, ich bin gerade etwas... ...konzentriert. Ich überlege gerade echt, wie wir da am blödsten einen militärischen Vorteil erlangen können. Ich probiere mal. Ja, wir müssen sie an einem kleinen Punkt müssen wir sie abfangen. Und da ist der Streifen hier, ist meines Erachtens genau die richtige Stelle. Ja, ich probiere mal die hier so ein bisschen schräg hier aufzustellen, dass sie am besten so stehen, dass die Fernkämpfer auf eins, was hier so anlegt, noch schießen kann. Ja, ne, ich glaube da können sie gar nicht mehr anlegen mit ihren dicken Bruten. Doch, ich meine sch... Achso, mit den... Die haben ja nur... Ja, ja, die haben ja nur ihre dicken Transportschiffe. Ich glaube, die können da nicht mehr anlegen, aber... Das kann gut sein, ja. Ja, dann hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Platz zwischen meinen zwei Anlegepunkten lassen sollen. Ach, pff. Die werden die gar nicht anlegen können. Jetzt ist auch schon wurscht. Ja, das ist richtig. Ist eh schon vorbei. Ich bin schon verloren. So, aus ist es vorbei. Gib die weiße Fahne her. Mit der Geschwindigkeit. Verschossen! Ich habe mir keine Angst. Wir schaffen das. Jeder Kartaga hat normalerweise eine weiße Fahne dabei. Nur du wieder nicht. Naja, schon das Manitur ist schon ein geiler Film. Ja. Ich habe den immer noch bei mir auf Kassette, ja. Also, auf Videokassette. Gut. So blöd, dass ich meinen letzten Kassettenspieler weggeschmissen habe. Ich weiß übrigens nicht. Ich glaube, die Fernkämpfer können aus irgendeinem Grund nicht auf Schiffe schießen. Doch, doch. Also, die Leute auf den Schiffen visieren sie schon an, ja. Okay. Jetzt hätte ich beinahe aus irgendwelchen Gründen Visieres gesagt. Öh. Krone für König. Die Visierissen sie schon an. Ja. Wie sieht er denn jetzt noch hin? Vielleicht kann er da doch anlegen. Achso, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht versucht er jetzt das Haus da zu rammen. Ne, aber ich glaube, der kann da schon anlegen. Hui! Ja, vorher mal lieber auf die Veteranenlegionäre. Ich glaube, die sind gefährlicher. Die machen einfach gar keinen Schaden an denen. Das ist doch scheiße. Ja gut, ich habe ja gerade auch noch mit Feuerdingens geworfen. Ja gut, die müssten ja erst recht Schaden machen. Ne, ne, die Feuerdinger machen weniger Schaden. Die machen mehr Schaden. Halt mal den Mauszeiger ein bisschen drauf. Steht ja drauf, erhöht Schaden für Rücken. Oh, scheiße! Nein! Sie wurden überfahren. Jetzt hilft. Ja. Oder? Ne, sie laufen einfach durch das Schiff raus. Ja. Okay. Die Zeit zum Metzgern ist nun gekommen. Frage ist für wen. Das ist halt auch so scheiße, dass man die einfach erst angreifen kann, wenn sie komplett draußen sind. Ja, wir könnten jetzt diese Einzelnen, die da raushüpfen, abschlachten. Wir könnten aber auch warten, bis die ganze Truppe da ist, um uns zu abschlachten. Das wäre deutlich fairer. Unser General wird angegriffen. Der Spielstopp, Leute, Spielstopp. Kann ich erstmal mit das dem Schiff aussteigen? Dann können wir kämpfen. Alter, er fährt hier gerade eine richtig harte Fehlung. Ja, ich würde mal sagen, mit fünf Sperren in der Brust atmet es sich etwas schwerer. Ja, das kann gut sein. Boah, aber die Legionäre hier, die schlachte ich gerade ganz schön ab, ey. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Das eine Bataillon Veteranenlegionäre bekommt hier auch ganz schön aufs Maul noch. Ja, wie gesagt, die stehen hier und machen nichts. Die lassen sich gerade richtig schön erwerfen. Ja. Und überraschenderweise sind die Speerwerfer verdammt präzise. Hier hat noch kein einziger Speer ist hier daneben gegangen. Sauber. Ja, aber diese Veteranenlegionäre machen einfach so viel Schaden. Da sind fünf Bataillone drauf. Ne, vier sind es nicht. Vier Bataillone, ein Stürmergriff ist schon draufgegangen, aber... Männer wanken. Die gehen einfach nicht drauf. Das ist so krass. So, die Legionäre werden schon mal abgemetzelt. Krass, Mann. Kannst du deine Nahkämpfer hier vielleicht... Äh, bin schon dabei. Scheiße, die sind einfach an, Mann. 60 Mann tot und die haben mir bestimmt schon... 100, 150 abgenetzelt. Los, Mob, auf sie! So, krass. Es kommt ein Charge nach dem anderen und das bringt einfach... Aber ich werfe halt die Speere lieber nicht drauf, weil... Ja, nicht, dass du deine... die eigenen Leute triffst. Außer du schaffst es vielleicht... Ne, ich greife lieber, solange die Gegner hier noch stehen... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Solange die Gegner hier noch stehen, möchte ich lieber auf die werfen. Na, scheiße, sie wehren sich. Die hier nutzen nichts mehr, die haben ihre Munition schon verbraucht. Gerade das Bataillon, wo noch am meisten Männer drin sind, hat schon die ganze Munition verworfen. Na genau, fall ihm noch irgendwie so ein bisschen in den Rücken. Ja, ich wollte das halt erstmal frei halten, falls du da Fährkämpfer irgendwie hinstellst. Wir verlieren Boden. Ja, wir verlieren Boden, ach was. Scheiße, man, ich verliere gerade krass gegen diese Leves, die hier kommen, ey. Ja, die sind ja auch viel stärker als... Nö, die Leves nicht. Die Velites sind stärkere Speerwerfer, aber die Leves sind wie unsere Speerwerfer eigentlich auch. Na gut. Sind aber halt auch relativ viele jetzt gewesen. Hallo, wie wär's mit Werfen? Unsere Männer fliehen vor den Schlag. Ja Gott, dann leck mich doch. Das ist ein schämtlicher... Die Leute fliehen einfach alle unter. Gegen ein fucking Bataillon, Mann. Was will man da machen? Ich hab sie umkreist. Ich hab alles draufgeschickt, was ich hatte. Ja, und auch die libyschen Obliten, die ich draufgeschickt hab, ist das eine Bataillon schon halb tot. Ja. Keine Chance, die machen mich mit dem einen fucking Bataillon kaputt. Und die hatten fünf davon. Ja, die warten jetzt hier noch. Und ein Teil ist gerade dabei, das Tor zu... kaputt zu machen. Ach so, großartig. Komm von da auch noch. Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verkauft. Wie übertrieben haben die diese Einheiten gemacht? Entschuldige bitte. Also, ist ja gut, dass die deutlich stärker sind als meine scheiß libyschen Obliten. Die Dinger sind quasi Miliz, aber... Dass ich einfach mit fünf Einheiten, mit Taktik auch noch... Also, nicht mal einfach... Ich schick sie ja nicht mal einfach nur drauf. Das wäre ja dann okay, wenn ich einfach nichts machen würde. Dass sie dann sagen, ja okay, ein bisschen was musst du auch machen, um deine Schlacht zu gewinnen. Aber ich mache hier einfach mit Kreisen, mit allem. Und die Leute, die in den Rücken gefallen sind, werden einfach abgeschlachtet und fliehen um ihr Leben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anwesen. Das ist doch witzlos. Wir sind zielbächer. Wo du recht hast, hast du recht. Meine Kavallerie ist schon fünfmal reingechargt, ungefähr. Das ist einfach... Was ist das? So, eins meiner Profliten-Bataillone ist schon auf der Flucht. Ja, gut, okay. Jetzt fliegt alles. Ja. Wegen dem einen Bataillon halt, ne? Die haben immer noch 57 Leute. Krass. Einfach nur krass. Alter, die haben 1036 Leute getötet! Ja. The fuck? Nur daneben. Nur daneben. Entschuldigung, das hätten wir nicht besser machen können. Nee. Wehe den Besiegten. Ja, da kam gerade ein gutes Zitat von Titus Libus. Im römischen Dramatiker. Gut, wenn wir gewusst hätten, das... Also das Einzige, was wir tun hätten können, aber das... Wir hätten nicht wissen können, dass die einfach rumstehen und sich abschlachten lassen. Das hätte halt geklappt, dass wir die halt mit den Fernkämpfern kaputt machen. Wobei, wahrscheinlich auch das nicht. Wahrscheinlich haben die so viel Rüstung, dass die... Ja, die haben sehr hohen Rüstungswert. Dass die dann irgendwie 10 Leute verloren hätten oder so. Ja, wenn überhaupt. Ja, also... Geil. Einfach nur geil. Wir haben unsere ganzen Späre verworfen und... Na gut, immerhin das eine Bataillon, äh, ähm, Legionäre konnten wir im Komplett tothauen. Ja, die Zeit ist übrigens wieder stark fortgeschritten. Ich würde sagen, wir lassen mal den Ladebildschirm... Ja, ich bin schon wieder auf der Kampagnenkarte. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's verlieren Rome 2 Total War. Mit Ralf, unserem Verlierer und meiner Wenigkeit dem Ex. Ciao. Danke. Ciao.